Moin Leute und herzlich willkommen zu den ersten Analysen zu Patch 9.0.5, was die DPS betrifft, für Castle, Nafria und für Müllisch Plus. Wir schauen uns das heute mal an, so wie die Klassen performen. Hier haben wir jetzt eine schöne Statistik von Workcraft Logs, wir befinden uns auf müllischen Schwierigkeitsgrad. Und wir schauen uns auch erstmal an alle quasi Bewertungen. Also es wird hier alles zusammengerechnet, je nachdem ob man scheiße performt oder richtig gut performt, alles ist hier zusammengerechnet. Ähm, also ja, dementsprechend im Prinzip die beste Klasse aktuell. Die beste Klasse für einen Raid scheint wohl zu sein, der, ähm, Balance druid, das ist die Gleichgewichtseule aka die Eule halt. Und hier ganz rechts sieht man das maximale Damagepotential. Zum Beispiel wenn man jetzt hier auf Max geht, sollte der Verloc erster sein, das ist richtig. Hier seht ihr, wie Verlocs ausrasten können, wenn man richtig krass am Max-Flump spielt, beziehungsweise wenn man wahrscheinlich auch Seele der Macht oder Power Infusion vom Priester bekommt. und einfach vielleicht noch ein bisschen Proclack hat. Und also immer dieser Punkt hier an der Seite, das ist das Maximum, was die Klasse rausholen kann. Oder was halt gelockt wurde. Und da sieht man, der Hexer ist ein bisschen weiter, also wenn man am Maximum spielt, ist er weiter vorne. Aber so overall gerechnet, über alle Bosse verteilt und jede Leistung berechnet, ist der, ist die Eule noch ein bisschen am besten. Und dann kommt der Gebrechenhexer und dann kommt der Firematch. Also man sieht hier schon mal, und dann kommt übrigens der Elementarscharmane, der Shadowpriest auf der 5. Und was man hier sieht direkt, 5 Ranges auf den Top 5 Plätzen. Also im Raid sind definitiv wieder die Ranges, bevorzugt im Vorteil, sind einfach besser als Meelies. Auf Nummer 6 kommt dann der Unholy Death Knight. Der ist halt momentan ziemlich stark, mit einer der stärksten Meelies wahrscheinlich auch. Dann auf der 7 kommt der Arcan-Magier. Das ist ein bisschen verfälscht, das stimmt nicht so ganz. Das liegt einfach daran, weil der Arcan-Magier bei einem gewissen Boss komplett am Ausrasten ist. Und weil Arcan-Magier auch nicht so viele spielen. Und da gibt es so ein Arcan-Match, der bei Slutschfist halt brutal am reinballern ist, sieht man hier. Sein maximaler DPS, holy shit. Und dementsprechend ist er da so weit vorne, auch in der Overall-Liste. Und ja, man sieht aber, es sind nur 8 Passes, also 8 Locks mit Arcan-Magiern drin. Und dementsprechend ist das ein bisschen verfälscht, stimmt das nicht zu ernst. Aber ja, generell ist es auf jeden Fall interessant, dass der Arcan-Magier auf jeden Fall auch gut abgehen kann, wenn er einen guten Kampf für sich sieht. So, dann haben wir den Feraltroiden, sogar oberes Mittelfeld, das ist interessant. Also Feraltroide kann man auch ruhig spielen, ich glaube. Vielleicht wird es aber auch ein bisschen verfälscht, wie beim Arcan-Magier. Dann haben wir hier den Assassination Rogue. Der Mäulchenschurke ist jetzt wieder hochgekommen in Patch 9.0.5, weil ich habe ja hier auch ausgewählt, over a range of one week. Patch 9.0.5 ist jetzt eine Woche ca. draußen und deswegen sind das so ungefähr die Werte für ein Raid halt, was halt so gelockt wurde bis hierhin. Dann haben wir hier den Frost-Todes-Ritter, Gesetzlosigkeits-Schurke ist nicht so geil im Raid. Retripaler, ja, Vergeltungspaladin hier in der Mitte. Destruction, Verlock, Furor, Krieger, Demonologie, WL, Havoc, Demon Hunter, Enhancement, Shaman, Marksmanship Hunter. Das ist interessant, Marksmanship Hunter wurde ja ein bisschen genervt und dementsprechend ist er jetzt ein bisschen abgefallen. Unlucky für die Hunter und Survival Hunter ist auch nicht so geil, Beastmastery Hunter ist auch nicht so geil. Also Hunter wurden schon ein bisschen genervt, dass sie jetzt nicht mehr so geil wohl scheinen. Das ist natürlich schade, aber Marksmanship Hunter ist natürlich trotzdem noch einigermaßen gut, vor allem für Mythisch-Kluss. Und man muss auch bedenken, das sind hier alle Bewertungen, die hiermit einfließen. Und dann haben wir hier den Frostmagier, also nix mit Frostmagier ist wieder voll viable. Bei gewissen Kämpfen ist der Frostmagier ganz okay, sieht man ja hier auch am Max-DPS. Aber einfach generell für die meisten Bosse ist der Frostmagier einfach nicht gut und dementsprechend relativ weit unten. Und dann haben wir hier unten auch den Windläufermensch, der wurde auch halt leider Gottes genervt, beziehungsweise da wurden viele Bug gefixt. Und die wurden aber wieder revertet, so ein bisschen glaube ich, dass auch wieder andere Bugs jetzt wieder zum Guten gefixt wurden. Also muss man da vielleicht noch ein bisschen abwarten, die nächsten Wochen ist vielleicht der Windläufermensch wieder ein Ticken weiter oben. Ja, dann der Waffenkrieger weit unten. Ja, letzten drei sind leider Gottes hier Subrog, Survival Hunter und Arms Warrior. Was man aber dazu sagen muss, diese drei Specs hier unten, bis auf Survival Hunter vielleicht, sind relativ gut im PvP, ja. Ja, jetzt können wir auch mal uns anschauen, wenn die Leute relativ gut performen. Also Legendary Logs machen, das macht man bei 95. Auf mythisch Legendary Logs zu machen ist auch ein bisschen schwierig, weil da brauchst du schon eine gute Gilde und da müssen die Bosse schon recht clean sterben und so weiter und so fort. Wir können es trotzdem mal anschauen. Ist relativ gleich eigentlich, Feuermagier ist ein bisschen weiter hinten, nur noch auf Platz 5. Aber ja, wie gesagt, die Eule, WL und der Elementarschamane Top 3 mittlerweile. Wie gesagt, der Elementarschamane ist so der Gewinner von Patch 9.0.5. Der wurde nämlich massiv gebuft und das wirkt sich hier auch aus. Also, falls ihr mal was Neues spielen wollt, Elementarschamane ist aktuell richtig sick, wird sicherlich nicht lange so bleiben. Aber aktuell kann man da sicherlich viel Spaß haben. Mit einem Elementarschamane, Schattenpriestall ist anscheinend auch ziemlich nice. Generell, wenn man sich das so anschaut hier, Dot-Klassen scheinen ziemlich gut zu sein, außer vielleicht der Elementarschamane. Und klar, der Feiermatch ist natürlich auch ziemlich stark. Ja, und dann der Rest kommt dann weiter hinten. Und wenn man sich das jetzt mal auf heroischen Schwierigkeitsgrad anschaut, dann sieht man hier, dann ist plötzlich der Gebrechenhexenmeister Erster. Aber man sieht so einen generellen Trend. Ähm, ja gut, hier Assassination Rook. Man sieht also Schurken, Meuchenschurken sind anscheinend auch wieder nice in Patch 9.0.5. Man muss jetzt dazu sagen, das ist jetzt heroisch. Und in heroisch ist es natürlich ein bisschen leichter, auch einen 95er-Log zu fahren. Und ja, da scheinen wohl auch ein paar Leute den Meuchenschurken direkt probiert zu haben. Und dementsprechend, Meuchenschurke ist anscheinend jetzt wieder recht weit oben dabei nach den Buffs. Und das ist natürlich ganz nice, I guess. Aber ansonsten nimmt sich das hier oben nicht viel. Ändert sich vielleicht immer so ein bisschen, aber generell kann man sagen, Gebrechenhexenmeister, Eule, Feiermatch, Schattenpriester und Elementarschamane sind aktuell so die besten Klasse für den Raid. Und unheilig, Death Knight ist auch ziemlich nice. Amelie halt, der beste, wenn nicht sogar. Max mit Chip Hunter ist auch noch ganz nice. Und ja, der Rest ist eher so schmutz. Aber wobei man sagen muss, man kann echt jede Klasse auch spielen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber in die Mythic Plus Dungeon Statistiken. Und zwar haben wir hier natürlich den Feiermatch auf Platz 1. Deswegen suchen die Leute auch mal den Feiermatch, weil der Feiermatch hat einfach das maximale Damage-Potenzial. Vor allem gepaart mit einem Priester, der dir immer Seele der Macht gibt. Und man sieht auch direkt hier schon die Top 5. Ist im Prinzip schon die beste Mythic Plus-Kombo. Feiermatch, Gesetzlosigkeit, Schurke. Und dann der Demon Hunter Tank. Dann die Eule natürlich. Und dann der Heiligpaladin. Also Heiligpaladin scheint der beste Healer zu sein. Beziehungsweise Disziplinpriester geht auch noch klar. Und der Schamane. Also im Prinzip gibt es drei gute Healer für Mythic Plus. Danach muss man ein bisschen weiter nach unten gucken. Ja, hier kommt dann der Troide. Troide ist halt auch noch okay, ne. Aber Holypriest, ja, Holypriest ist dann schon so eher bad als Healer. Und auch, wenn man sich das mal hier anschaut, der Mönchheiler ist weit abgeschlagen. Also Mönchheiler sieht man wahrscheinlich recht selten in Mythic Plus, weil er einfach der schlechteste Healer aktuell ist. Und, ähm, ja, auf jeden Fall interessant hier, definitiv. Wobei man dazu sagen muss, ich habe jetzt hier over a range of two weeks geguckt. Schauen wir mal. Über eine Woche verteilt an. Da hat sich nicht viel geändert hier in Mythic Plus weiterhin. Die Top 5 sind diese Klassen. Schamane ist ein bisschen weiter vorne. Also der Heal-Schamane. Statt der Disziplinpriester ist jetzt der Heal-Schamane da als zweiter Healer am besten wohl. Und, ja, aber Max mit Chip Hunter weiterhin ziemlich gut für Mythic Plus, wie man hier sehen kann. Der zweitbeste Tank scheint der Braumeister-Mönch zu sein. Und, ähm, ja, also wenn man zum Beispiel eine Eule nicht findet, packt man halt einen Max mit Chip Hunter ein. Oder sogar einen Gebrechen-Hexen-Meister. Und, äh, aber ist schon interessant, dass der Firemate hier so krass abgeht. Jesus Christ. Wenn man sich jetzt mal hier legendäre Loks anschaut, quasi. 99-Jahr-Lok. Also fast perfekt gespielt. Oder eigentlich perfekt gespielt. Dann sieht man wahrscheinlich, warte mal, Max. Oh, gut, Max ist interessant. WTF, da ist plötzlich der Vengeance, die man nannte Erster. Naja, wie dem auch sei, es wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt hier alles auf die DPS gerechnet, sondern einfach nach Points. Oh, wow. Well, that's interesting. Aber natürlich, Punkte ist natürlich auch ein Messwert, weil wer die meisten Punkte hat, ist wahrscheinlich auch einfach die beste Klasse. Ähm, aber ja. Ja, das wird ja nicht unbedingt nach Damage gerechnet, sondern einfach nach Punkten. Wer die meisten Punkte hat, ist halt weit oben, ne. Wenn man halt 26-Akis oder so macht, bekommt man natürlich auch mehr Punkte. Also ist das schon in gewisser Weise hier auch aussagekräftig. Man sieht einfach hier die besten Ideen, die besten Healer und die besten Tanks. Jo, und das ist definitiv der Firemate. Wenn der Firemate Seele der Macht oder Power Infusion vom Priester bekommt, rastet er einfach komplett aus und steigt halt das maximale Damage-Potential gewaltig. Und so die Schmutzklassen, die man hier sehen kann, ist der Beast Mastery Hunter, Demonologie-Verlock und der Waffenkrieger. Also hier unten sieht man generell, kann man so sagen, holy shit, hier unten direkt 4 Meelies, abgeschlagen. Ja, schade, ne. Aber Windläufer-Mönch ist weiterhin noch einigermaßen gut für den Schluss mit der beste Meelie, zusammen mit dem Schurken halt, Gesetzlosigkeitsschurken. Und ansonsten ist der unheilig Death Knight auch noch ganz nice für den Schluss. Jo, das haben wir uns jetzt mal angeschaut. Also, falls ihr jetzt neu anfangen wollt, würdet ihr euch empfehlen, spielt Firematch oder Gesetzlosigkeitsschurke oder Eule oder Marksmanship Hunter für Mythisch Plus, wenn ihr DED spielen wollt. Wenn ihr Tank spielen wollt, dann wohl definitiv den Vengeance Demon Hunter beziehungsweise Braumeister Mönch. Wenn ihr Heiler spielen wollt, dann definitiv Heiligpaladin, Disziplinpriester oder Wiederherstellungsschamane. Das betrifft jetzt aber nur mit Schluss, aber das ist so die generelle Regel, die ihr euch sagen kann, wenn ihr Metaklassen spielen wollt, hier seht ihr die Metaklassen, damit fahrt ihr am besten, wenn ihr gut spielt. Und das soll es auch schon gewesen sein zu diesem kleinen Analysevideo zu Patch 9.0.5, was halt die besten Klassen aktuell sind. Ich hoffe, es hat euch geholfen und gefallen. Falls es so ist, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.